Sechs Sänger zusammen brauchen keinen Dirigenten. 55 unter ein Sinfonieorchester schauen. Sie brauchen als Dirigent eine Vorstellung. Und diese Vorstellung ist eine Sache des Gefühls, aber es ist auch sehr stark eine Sache des körperlichen Spürens. Das ist der zweite Alt, das ist der erste Alt, das ist der zweite Sopran, das ist der erste Sopran. Wenn wir sagen, das ist ein abgrundtiefer Kontrabass-Ton. Der ist einfach boah. Und boah, ist ein Körpergefühl. Lasst uns bitte machen. Wir spielen von vorne. Eins und... Gesang ist eigentlich alles von dem Ideal der menschlichen Stimme bestimmt, weil einen Tonfluss jeder von uns als Intuition in sich hat. Ich glaube sehr daran, dass man versuchen sollte, ein Musikstück so aufzuführen, dass Menschen sagen, ich habe etwas erlebt, nicht ich habe Klänge gehört. Das ist nie ohne Spannung. Lasst uns sehen, dass das nicht zur Sollbruchstelle wird. Wo Sie als Dirigent einfach die Spur halten müssen, dass an diesem Stein so lang geklopft wird, bis das Wasser rauskommt. Manchmal denke ich, du musst den Beruf aufgeben. An der Stelle habe ich das Gefühl, es ist nur ein Gesangbuch mit zu viel Föhn. Es gibt so einen Standardsatz von mir, der heißt, es ist gar nicht schlimm, es ist nur falsch. Ich kann nur sagen, dass uns in der Kantorei St. Katharinen einfach die Freude an der Musik stimuliert. Ich bin sehr dankbar, dass der Chor mit großer Hingabe unglaublich diszipliniert arbeitet. Aber natürlich wichtiger als die Disziplin sind die Seelenaufschwünge. Ich bin sehr dankbar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020